Guten Tag, soll ich auf den Stuhl oder auf die Couch? Guten Tag, ach, ganz wie Sie mögen. Und Sie können sich überhaupt nicht daran erinnern, was vorgefallen ist? Nein, ich radle friedlich vor mich hin und da rast dann wie aus dem Nichts ein anderer Fahrradfahrer in mich hinein. Und ich falle in ein großes... Und was hat das mit Ihnen gemacht? Wie ist es da? Sie meinen in dem... Ja, das nennt man auch... Nein, sagen Sie jetzt nichts. Aha, das löst ein Stück weit Furcht bei Ihnen aus. Verstehe. Gut, ich versuche es anders. Holen Sie mich da einfach wieder heraus. Aus dem Großen? Ja, verdammt. Schauen Sie, dafür müssen Sie es annehmen, es umarmen, es zum Klingen bringen. Ich will aber... raus! Rauchen Sie, dafür muss Sie es annehmen, es umarmen, es zum Klingen. Und wenn Sie es nicht annehmen, es umarmen, es zum Klingen, es umarmen. Und ich will mir sagen, es mir ist, dass Sie einen Ruf aus dem Klingen vorgeklemmen und den Klingen vorgekommen. Und ich will dann noch mal wieder 확인. Vielen Dank.